Hallo und herzlich willkommen bei HellsGames TV. Nun ist es endlich mal wieder so weit. Die neuen Playstation Plus Gratistitel für Oktober 2018 sind bekannt. Und zwar gibt es folgendes. Für die Playstation 4 wird es Freitag der 13. geben. Dann wird es ebenfalls für die Playstation 4 Laser League das Spiel geben. Wieder mal dabei ist Wissen ist Macht für PlayLink. Dann gibt es für die Playstation 3 Master Reboot. Dann das Spiel The Bridge für die Playstation 3, Playstation 4 und die PS Vita. Dann kommt Rocketbirds 2 Evolution für die Playstation 4 und die PS Vita. Und den Abschluss macht das Spiel 2064 Read Only Memories für die Playstation 4 und die Playstation Vita. So, ich hoffe für all die Sparfüchse und Geizhelse der Playstation Community ist auch diese Monate wieder was dabei. Der absolute Top Titel wohl Freitag der 13. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Euer HellsGamesTV Team. Bye Bye.